Herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play von, ja ok, es ist ein ganz neues Projekt, zu einem ganz neuen Projekt von mir, Luca. Heute spielen wir CSR Racing, wenn ich jetzt auch Let's Playen werde. Und jo. Dann legen wir los, da wird es nichts vorhängen, wird's grad nicht so toll, ne? Ich mache hier eine Spiegelmusik kurz aus, weil es jetzt nicht mehr ist. Da unten? Nein. Ich weiß nicht, dass da grad die Aufnahme wäre abgebrochen, aber die ist da unten rum. Ich weiß nicht, ich will nur ein Ding. Ich weiß nicht, ich will nur ein Ding. Ich weiß nicht, dass da die Aufnahme ist. Einfekt. Einfekt. Wie gut. Einfekt. Einfekt. Einfekt gescheitert wieder. und 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 Okay. Fokus, weil wir noch nicht besser fahren, das Link auf uns stehen. Farbe. Fokus, dass wir noch nicht mehr machen können. Wir sind noch nicht mehr. Wir sind noch nicht mehr. Wir sind noch nicht mehr. Und das ist ein Shit. Okay, we'll try. Perfekt. Oh, hat einen Shit. So. Oh, das ist ein Shit. Oh, das ist ein Shit. Oh, das ist ein Shit. Jetzt machen wir erstmal hier so ein Cool-Rettel. Ein bisschen immer leider. Sonst kann man hier weiterzocken. Obwohl wir sehen, dass der extrem eingestuft ist. Das dauert jetzt erstmal wieder ein bisschen, bis der weg ist. ... ... ... Das Let's Play wird höchstwahrscheinlich nicht. 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 Wo muss ich rausgeschmissen? Okay. Das Let's Play wird höchstwahrscheinlich nicht. Das Let's Play wird höchstwahrscheinlich nicht. Das Let's Play wird höchstwahrscheinlich nicht. Okay, los. Das Let's Play wird auf und auf. Nein. Ich muss hier noch zusammengekommen um Turbo und Info erstmal zu kaufen. Bereits so. Da ist die Mechaniker, der hilft uns, ich weiß noch was anderes, er kann die Liste nehmen, macht mir noch irgendwas drauf. Du strengreiche Shit. Kein Bewerbnis. Mist. Aber warum knapp geworden? Jetzt habe ich Kohle, erstmal. Wenn ich mir jetzt den Turbo kaufen kann oder den neuen Motor, dann hole ich mir das. Nein. Shit. Dann wollen wir erstmal, nein, das nicht. Turbo. Ja. Jetzt sind wir Level 2. Belohnung kassieren. Und hier kann ich auch Tagesplan machen. Das muss ich gleich auch noch machen. Dann haben wir drei verschiedene Rennen, das sind drei Autos, die waren es nicht hier, aber die werden dann sozusagen ausgeliehen. Das ist alles. 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 Und dann noch mal rennen, nein, da hat er es rennen, anspruchsvoll. Hm, Ford GT, jetzt wird er ein guter Start, aber ich glaube, es gibt einen auf der Start, das ist perfekt, und was kriege ich heute, ne, ja, okay, aber, oh, oh, ich habe tausend bekommen, ich werde mich auch später mit Facebook anmelden, dass ich die drei Ding-Boom-Coins da bekommen werde, da sein soll. So, nein, dann kaufe ich mir jetzt mal den Motor. Und drehen. So, weiter. Ach stimmt, das kann ich noch einmal machen. Bin ich blöd. Perfekt. Perfekt. again. Noch 3 steps 8 ب 언제. Perfekter Start plus perfekter nuke. Ich schalte ihm dann mal zurück, scroll und übergreift. start hier können wir uns jetzt was neues kaufen aus der riebe stung und auch leichter Positionen, Musik aus, zurück, weiter, weiter, und so in drei Stunden machen wir das hier noch, 2740 tanken gefahren, ist doch gut, dann gehen wir jetzt schon auf, oh, 14 Minuten schon, ach komm, mach mal 20 Minuten raus, jetzt kann ich noch so viel Spaß, okay, so ich habe hier, wir sind 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 hier, Ich bin jetzt bei mir interessiert. Mein Name ist jetzt hier. Ich sehe mich, was ich bin. Ich habe mich nicht gehört. Ich sehe mich. Ich sehe mich. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 860. Kann man gut Kohlen verdienen. 1. Niederlage in diesem Spiel. Ich hab Scheiße geschaltet. Sonst hätten wir den noch eingeholt bekommen. Das heißt Tionen. Was ist das? Gewicht. 760. So. 1060. Oh. Warte. Das heißt wir können jetzt theoretisch mit dem. Nein doch nicht. Das lassen wir dann doch liegen. So. Ja. 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 Wenn der Rest amusement war. Ja. Hier gibt's jetzt den. Ja. Das ist ein Rednerch der. wir dann im nächsten Part. Haut rein und bis bald.